Hallo, du wundervolle Seele! Heute wieder mit einer wichtigen schamanischen Botschaft jetzt zur Sonnenfinsternis am 25.10. Diese Sonnenfinsternis kündigt sich ja meistens vorher schon an, das heißt, dieser Einfluss wird natürlich extrem jetzt schon auf uns wirken und uns noch weiterhin beschäftigen. Es kann sogar so weit sein, dass sie sich bis ein halbes Jahr noch weiterhin auswirkt. Aber worauf es hier ankommt, ist ja die schamanische Sicht dessen, was wir jetzt hier an kosmischen Einflüssen haben. Und da kann ich einfach nur sagen, der Jaguar ist aktiv. Der Jaguar heißt im Schamanischen, dass er einmal der Erschaffer ist und einmal der Zerstörer. Und beides sind Aspekte, die hier eine große Rolle spielen und deswegen auch hier ganz wichtig, bleibt bis zum Schluss dran. Denn da erkläre ich natürlich, wie du es schaffst, eben deine neue Zukunft bzw. auch für jedermann seine neue Realität, die du jetzt schon bereits in dir trägst, auch Stück für Stück umzusetzen. Fangen wir doch einfach damit an. Der Einfluss der Sonnenfinsternis oder unsere kosmischen Einflüsse drängen uns dazu, dass wir die Schattenthemen, die wir in uns tragen, das ist nämlich auch ein Aspekt, den der Jaguar oder die Jaguar-Energie eben in sich trägt, dass er Licht ins Dunkel bringt. Denn er kennt keine Angst, er geht eben genau in die Dunkelheit, in die Schattenwelt und er holt eben Altes hoch, was wir nicht mehr brauchen, was nicht mehr zu uns passt. Und da gibt es eben zwei Varianten, die wir da eben zur Auswahl haben. Die eine Variante ist, dass wir uns das aktiv anschauen. Das bedeutet jetzt, das heißt, dass es dir bewusst wird, dass du merkst, das Alte, das alte Leben, die alten Rollen, die alten Emotionen, vielleicht der alte Job, vielleicht die alte Beziehung, egal was ist. Alles, was du jetzt schon das Gefühl hast, das passt nicht mehr zu mir. Das wird immer mehr und mehr hochkochen, beziehungsweise auch hat es natürlich mit alten Gedanken und alten Weltanschauungen auch zu tun. Was ist die Wahrheit? Was wird dir als Wahrheit aufgetischt? Und welchen Bezug hast du dazu? Und das kann sich eben auch nochmal schiften. Und deswegen sagt man auch, dass ein sogenannter Wertewandel stattfindet. Das heißt also, hier arbeitet es ganz richtig extrem und das arbeitet natürlich auch in der Gesellschaft insgesamt im Kollektivbewusstsein dazu. Aber ich bleibe gerne immer nur bei dem Einzelnen, denn der Einzelne, wenn du die Transformation schaffst, dann schaffen wir es auch im Kollektiv. Also, wie schon gesagt, du kannst dich entweder bewusst damit eben auseinandersetzen und das Ganze transformieren. Und das andere ist eben unbewusst. Das heißt, wenn die Schattenthemen richtig hochkommen, dann wirst du im Außen damit konfrontiert. Das bedeutet jetzt, dass du jetzt eventuell sogar gekündigt wirst oder eben offenbart bekommst, dass die Partnerschaft doch zu Ende ist, obwohl du es vielleicht vorher gar nicht vom Kopf her gedacht hast, aber eigentlich schon gefühlt hast. Also, die Veränderung kommt mit großen Schritten, beziehungsweise auch hier, wenn du unten drunter als Schattenthema Dinge in dir trägst, wo du schon lange merkst, oh, da hätte ich mich schon lange darum kümmern müssen. Das kann auch sein, dass es aktiver hochkocht und es dir sozusagen um die Ohren fliegen kann. Dass du einfach weißt, du hast immer diese zwei Möglichkeiten. Deswegen ist jetzt momentan ganz, ganz wichtig, dass man sich diese Schattenthemen anschaut. Und was könnten Schattenthemen denn sein? Das ist immer gekoppelt natürlich mit schweren Emotionen, verbunden mit Angst natürlich, Wut, Trauer, Hass, Neid. Wut ist auch gekoppelt mit einer Hilflosigkeit, einer Ohnmacht auch. Ja, und hier jetzt ganz konkret möchte ich dir natürlich auch helfen, wenn du Blockaden oder Ängste hast, dann habe ich am 27.10. eine Gruppenheilsitzung völlig kostenlos. Alles, was du tun darfst, ist dich einfach unten eintragen, auf den Link drücken und dann bist du schon dabei am 27.10. per Zoom. Ja, und jetzt hast du natürlich kennengelernt, die Schattenthemen, das, was nicht mehr zu dir passt, das hilft, die Jaguar-Energie sozusagen einfach zu zerstören und loszulassen. Und diesen Einfluss sind wir sehr, sehr stark ausgeliefert. Und jetzt kommt das Aber, aber natürlich auch den neuen Einfluss. Das heißt, wenn du jetzt schon ohnehin aufgeräumt hast, wenn du schon merkst, okay, ich habe schon viel losgelassen, ich habe schon an mir gearbeitet und es muss jetzt nicht unbedingt dramatisch sein, sondern ich konzentriere mich jetzt auf das Neue. Und da geht es auch natürlich um spirituelles Wissen oder geistiges Wissen, Ideen auch, die wir lernen, immer mehr und mehr umzusetzen, Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt also, diese Welt braucht auch mehr neue Ideen, mehr Gemeinschaft. Wir rutschen alle wieder zusammen. Gerade wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, wo wir in unserer Gesellschaft schon sehr, sehr stark mit uns selbst konfrontiert worden sind, dass wir eben auch lernen dürfen, neue Werte in unserer Gesellschaft zu etablieren und das eben zu leben und auch umzusetzen. Und deswegen ist natürlich auch sehr stark ein Community, ein Gemeinschaftsgedanke, ganz, ganz wichtig für die nächste Zeit. Aber wenn du jetzt einfach mal nur bei dir bleibst, was du in deinem Inneren trägst, Wert und Wahrheit bist, was du vielleicht nach außen leben willst, wo du vielleicht noch gar nicht richtig umgesetzt hast oder dich vielleicht noch gar nicht so richtig getraut hast, dich so zu zeigen, das steht jetzt an, dass du hier nach außen hin deinen wahren Kern auch lernst, immer mehr und mehr zu zeigen, damit du noch authentischer leben kannst. Und dann wird das Leben natürlich auch ein Stück weit leichter, weil du nicht mehr in diese alten Rollen gepresst bist, das ohnehin nicht mehr zu dir passt. Und jetzt gilt es eben, sich davon zu befreien, sich selbst zu erlauben, sich zu zeigen, vielleicht auch groß zu sein oder welchen Traum du auch in dir trägst, dass du hier lernst, es Stück für Stück nach außen hin zu zeigen. Und das ist der Shift, der bei jedem Einzelnen passiert. Und dann kann es natürlich passieren, dass es sehr viel klärende Gespräche gibt, neue Ideen, vielleicht auch berufliche Veränderungen oder sogar auch partnerschaftliche Veränderungen. Aber es hat eine große Klärung eben in sich, mit sich. Das heißt, diese ganze Zeit ist eine große Veränderung, aber hin zu dem, wer du in Wahrheit wirklich bist. Also diese kosmischen Einflüsse, vor allem jetzt mit der Sonnenfinsternis, könnten vielleicht am Anfang einen angsterfüllten Eindruck machen, aber sie sind unser Befreier von der Illusion, wo wir geglaubt haben, wer wir sein müssen oder auch, wenn man es global sehen würde, die Systeme. Es kommt viel ans Licht, was unter der Oberfläche war, dass man sagt, okay, ich glaube das alte System oder ich glaube dem alten System nicht mehr so, wie ich es vorher geglaubt habe. Ich trete heraus aus der Illusion und werde quasi vom spirituellen Kind zum spirituellen Erwachsenen und übernehme ab jetzt selbst die Verantwortung, um mein Leben und das Leben vielleicht auch meiner Gemeinschaft mit zu kreieren, aktiv mit zu kreieren. Das ist der Jaguar, die Power, die der Jaguar hat, zu aktivieren und darauf jetzt sich auch zu konzentrieren. Was ist die größte Herausforderung momentan? Das spüre auch ich natürlich. Das heißt, zu lernen, diesen Leap of Faith, diesen Sprung zu machen, den Sprung in dein neues Bewusstsein, der, der du sein willst. Denn wenn du diesen Sprung machst, schaffst du den Sprung in ein unbekanntes Terrain. Das heißt also für dich, du schaffst was Neues, was im ersten Moment vielleicht auch Angst machen könnte vor dem Neuen, vor dem Unbekannten, das sehr wahrscheinlich viel besser zu dir passt und sehr wahrscheinlich viel mehr Möglichkeiten bringt, als das alte Leben, das du vielleicht bisher geführt hast. Und darauf sich zu konzentrieren, diesen Shift zu machen und nicht in der Angst zu verhaften, sondern in die Kraft zu gehen, zu sagen, ich kann das, ich gehe in diesen Bewusstseinszustand rein, ich bin erwachsen, ich nehme mein Leben selber in die Hand und aktiviere meine innere Power. Das ist die Herausforderung. Und jetzt an der Stelle möchte ich dir einfach eine Frage stellen. Hast du schon länger das Gefühl, dass in dir etwas steckt, was du schon lange leben wolltest, es aber weggeschoben hast oder es immer dir ausgeredet hast und vielleicht dich auch selbst klein gemacht hast? Naja, das kann ja vielleicht später. Naja, das interessiert sowieso keinen. Oder, oder, oder. Und ich sage dir, wenn du das schon länger hast, das wird noch massiver werden. Aber glaube deinem Herzen, glaube das, was du wirklich tief in dir trägst und versuch das auch umzusetzen, weil sonst kann es dir irgendwann eventuell um die Ohren fliegen, sage ich immer. Oder es kann auch passieren, dass diese Chance, die wir momentan haben, dass diese Chance der Veränderung vorbeigeht. Und dann möchte ich dir die nächste Frage stellen. Stell dir vor, du lässt alles so, wie es bisher ist. Die Veränderung geht vorüber und du verharrst in deiner alten Position, so gut es eben geht. Und am Lebensende, am Sterbebett, wenn du gehen musst, irgendwann müssen wir ja alle gehen. Und da kannst du dir selber die Frage stellen, warum habe ich, also heute, mich nicht entschieden, dieses neue Leben, diesen Leap of Faith in mein neues Leben zu gehen. Warum habe ich das nicht gemacht? Denn viele Menschen bereuen eben, am Lebensende es nicht getan zu haben, das Risiko, sich selbst zu leben. Oder, was sie auch bereuen, dass sie die Meinung anderer, was andere über sie denken könnten, wichtiger war, wie dass sie sich selbst leben können. Und das ist meine Botschaft an dich, dass du hier mal wachgerüttelt wirst und lernst, hey, ich lebe mein Leben, ich bin der Jaguar und ich werde jetzt spirituell erwachsen. Ja, und ich weiß, wie sich das anfühlen kann. Das heißt, es macht natürlich auch Angst, in das Neue zu gehen, das Alte loszulassen, nicht zu wissen, was danach kommt. Ja, also ich habe das selber schon oft erlebt. Ich habe mein Leben schon ein paar Mal verändert. Und ich habe aber trotzdem immer nach vorne gesehen. Und diese Frage, die ich dir jetzt gerade gestellt habe, die hat mir so enorm geholfen, diesen Sprung zu machen. Nur mit dem Unterschied, dass ich keinen hatte, der mir geholfen hat, mich zu verändern. Und jetzt konkret für dich heißt es, wenn du jetzt merkst, du hast was in dir, was du leben möchtest, du weißt aber nicht, wie du es richtig auf die Straße bringst, wie du es umsetzen sollst, oder du vertraust dir selbst nicht, hast Ängste und Blockaden und brauchst professionelle Hilfe, dann klick einfach unten auf den Link. Und mein Team und ich führen ein kostenloses Klarheitsgespräch, um zu erkennen, ob und wie wir dir helfen können. Ja, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video doch gerne an andere weiter oder teile dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank.